Hallo Leute, herzlich willkommen, hier ist der Nogini und heute ist der Nogini. So, das hier habe ich ja in der letzten Folge gemacht. Jetzt will ich ein neues machen, nämlich den Geländemotorgrad reinigen. Der ist anscheinend in der Garage, gibt mir auch nur 75€, aber den kann ich doch gerne mal reinigen. So, wir drücken auch direkt Stop Start, bzw. ich lese das hier. So, Verge, keine Ahnung wie das heißen soll. Ja, also Ort, wo ich sauber machen muss, ist Garage. Also ich soll anscheinend nur das Teil sauber machen. Dann mache ich das doch mal. Würde auf jeden Fall geil sein. So, geht hier weiter. Okay. So, ja, also es ist wie gesagt nur das Teil... Boah, ist das laut. So. Erstmal den Reifen sauber. So. Okay, dann machen wir hier einmal das sauber. Ich weiß gar nicht was das ist. Das ist der Motor. Das weiß ich schon, aber... Ja, ja, ja... Warte, ich kann mich hier auch irgendwie... Genau, also... So, dann rein mal den Reifen. Schön, ja, säubern. Jetzt habe ich's. Bremsscheibe gereinigt. Äh, aber was habe ich denn nicht gereinigt? Ach hier. Ah, Reifen gereinigt. Soll ich hier anscheinend noch die Lenker reinigen, damit hier auch alles schön sauber ist. Das ist hier. Die zweite Pedale ist schön sauber gemacht. Verkleidung gereinigt. Unterreinig. Verkleidung gereinigt. Verkleidung gereinigt. So. Das jetzt einmal hier zu leben. Damit komme ich auch überall dran. Der zweite Reifen ist irgendwie noch nicht ganz sauber. Ach hier. Zack. Reifen gesäubert. Auf. Und auf. So. Warte, ich habe zu 89% das gereinigt. Wo sind denn jetzt hier die anderen? Ach hier. Hier ist es ja noch. Zack. Wutz. Auspuff. Müsste das sein. So. Oh. Ach hier. Warte mal. Hier ist auch noch was. so. 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 Ah, jetzt habe ich es. Irgendwie fehlen hier aber noch 94%. Okay. Jetzt hier einfach mal kurz Großreinigung. So, jetzt gehe ich nochmal auf die anderen Seite. Da ist noch irgendwas drin. Ja, jetzt weiß ich nicht, was hier noch so ist. Aha. Was hier? Ja. Ich weiß nicht, was hier noch richtig sein soll. Was geht noch? Irgendwo ist hier noch 1%. Was hat er gerade für ein Zeichen? Stop. Wow. Das wusste ich gar nicht. Äh, nee. Äh, was soll denn hier noch? Ah, jetzt. Du erlegst den Motor. Der Motor ist an. Ah, jetzt habe ich den Job abgeschlossen. B und ja, hier kann man nochmal sehen, wie ich das ja alles schön sauber gemacht habe. Ganz geil sauber gemacht, muss ich einfach nur sagen. Ja, nice. So, weiter. Kann ich nun auch diesen Spielplatz reinigen? Dann fangen wir doch direkt damit auch mal an, würde ich sagen. Den schönen alten Spielplatzreinigern reinigen, der wieder in Betrieb werden ge... Äh, ich kann echt... Ich habe hier auch eine Leiter anscheinend, die ich nehmen kann. Doch, kann ich auch. Diese fein lassen. Ey. Hier kann ich die dran packen. Ah, dann komme ich da hoch. Okay. Reinigen wir hier erstmal das... ...gerüst oder was soll man das sein sagen? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich finde, dass das Gerüst rein... ...müsste zumindest. was war nicht. Also es sieht auf jeden Fall sogar mal aus, als wäre das... ...vor. So. noch mal von unten reinigen. Okay, jetzt müsste das doch eigentlich... ...werde nicht sein. Okay, doch nicht. Ihre Seite. ... Okay, ich komme hier anscheinend nicht weiter rein. Ja, bin hier fest. Scheiße, sehr gut. Ich bin echt fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin hier gefangen. Scheiße, sehr gut. Ach man, das ist jetzt Mist. Ja Leute, ich muss mal eben kurz das Spiel neu starten. Ich mache mal kurz die Pause. So, jetzt weiß ich es wieder. Ey, jetzt habe ich es wieder meine ich. So, dass ich hier nicht runter kann. Warte, ich gehe nochmal eben auf der anderen Seite. So. Ah, fertig. Zack. Vielleicht mache ich die Seite hier eigentlich. So. So. Ich werde den Kronen erstmal ein bisschen sauber machen. So. 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 Warum ist denn die Codierung jetzt schon wieder überlastet? Ey, im letzten Video war das auch überlastet. So. Ich hoffe, das ist nicht all so schlimm. Ey. Wo ist es hier? Ähm. Ach sauber. ja, ich bin so ja, ich bin so ich bin so ich bin so damit der Brun auch schön sauber wird ich habe auf jeden Fall irgendwas eingestellt, was sehr artig heiß ist naja das hier ist auf jeden Fall scheiße jedes Mal wenn dieses Ding sich aufhängt, fängt hier im OBS das auch an zu hängen ey, das ist nervig oh, das ist scheiße das hier auch noch mal von außen saubern schön sauber machen das Ganze naja Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und Kommentar da wir sehen uns im nächsten Video haut rein Leute, euer Sando ciao 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 ciao